Deutschlandfunk, 11.04 Uhr, die Verkehrslage. Vorsicht auf der Arme. Durch den Berliner Ring. Nur Rose und Briesen ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Morgen und am Mittwoch viel Sonne bei 20 bis 29 Grad. Zwischen Eningen und Herrenberg über 7 Kilometer. Gerade kommt noch ein Vorsicht. In beiden Richtungen nach einem Ungewärm und er war ganz lange nur DJ. Wenn ihr zum Beispiel mal auf einem Holy Festival wart, da habt ihr ihn vielleicht gesehen. Er heißt und hieß DJ Honka. Jetzt heißt er nur noch Honka, ist ein Hamburger. Und macht deutsche Mucke. Und hat jetzt was Neues, Deutsches. Und das ist nichts mit Auflegen und Bums, Bums. Nein. Mit Matthias Maurersberger, sein Sie ganz herzlich.